Lass mal den Kopf in Ruhe! Du blöde Sackgesicht, ne? Ich bin so schön. Ich bin so blau. Tja. Finde ich schön, dass ich mir alles abnehme. Und ich überlade da. Jetzt habe ich einen Klick gehabt. Da ist das Schiff. Ich kann es nehmen. Das müsste das Wesen sein. Ja. Heroisch. Wenn man weiß wie es geht, geht es ja einfach. Okay. Das ist das Event. Event ist auch gleich vorbei. Oh, der Hund hast du jetzt ein Glück gehabt, dass man du nicht reinkaufen bist in meinen Raketen schuss. Ja. Oh, Piece of Candy. Oh, da liegt überall Piece of Candy. Schnellere Sammelfahren. Ja. Wo ist der Candy? Tja. Alles aufgegessen. Das ist okay. Da hinten fliegt ein großes Kuchen. Ich habe es gerade gesehen. Wieso habe ich erst zwei Münzen gesammelt, bis deppert. Ich habe schon drei Beutetiger abgelassen. So. Das Kuchel Hamad erwischt. So. Und du musst jetzt noch ein ruhiges Abenteuer machen, oder? Warte, ich sag doch gleich mal. Warte, ich sag doch gleich mal nicht. Ich rette dich. Genau. Warte, ich sag doch gleich mal nicht. Warte, geht was im Sack alles voll. Genau. Eine heroische Story-Mission. Eine heroische Story-Mission? Was ist das? Wie ist das nicht? Wer ist das? Die Vorhands-Frag? Nein, bitte bitte. Vorhands-Frag links. Die englische Story-Mission. Alles klar. Gut, passt. Dann machen wir das. Die dort. Wo ist denn der Gaming-Hoot? Der hat wieder eine Maske gefunden. Was? Was sagst du der Maske? Moment. Die ist putzig. Die ist cool. Die hast du ja gefunden? Nein, die habe ich mir gekauft. Was? Die ist vom vorigen. Ist der ja der Hase. So. Du bist deine tägliche Story-Mission. Auf heroisch. Egal welche. Ja. Ok. Akkus ist wieder. Ok. Akkus ist wieder. Aua, denge O-Ment. Scheiße. Habe ich dir jetzt zerlegt. Ich bin behindert. Hast du nicht aufgenommen schon wieder? Nein, ich habe nicht auf gepasst. Die offene Läufe. Keine Sorge. Was soll ich das Gitter währenddessen, wenn ich meine normale Maske tragen? Nein, stoppt die mir nicht. Oh, ich bin da. Was passiert mit ihm? Wir sind zurück und können nur... Also, wir sind hier Räuche-Emission, ja. Oder weil es ich gestartet habe, vielleicht hätte ich es auch überspringen können. Aber ich wollte sie lassen, weil ich bin jetzt zum Schluss als Held da gestanden. Ich auch. Oh, nur der Reini, der ist angstürzt. Boah, bin ich vor, wenn die PS5 leistet und hoffentlich die Ladezeiten nicht so. Hä? Bei der PS5 bin ich Ladezeiten. Alter, sieh das leider nicht. Ach so. Ries dich mit der Vorhaut. Um diesen Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Ikora und ich nähern uns dem Treffpunkt. Kate ist schon da. Ich möchte was lesen. Ich hätte gerne einen T. Mit dem T. Wenn wir es so weit schaffen. Wir geben Deckung. Dann muss man viel hupfen. Die habe ich auch schon geschafft. Eine gute Map für die. Ja, zum... Oh, mi tope. Muss man da reingehen. So was sich alle gegner da erst. Damit du da was zu tun hast. Ach so. Weißt du, wir sind... Wir sind die Vorhaut. Äh, die Vorhut. Da drüben sind Spieler. Hallo Spieler. Wo ist der Spieler? Da drüben. Federix da. Da ist auch einer. Hallo Spieler. Ach so. Muss man da her? Nein. Oh ja. Kleiner Arme. Oh ja. Kleiner Arme. Oh ja. Kleiner Arme. Oh. Ja. Ich habe es gar nicht gemerkt. Danke. Ich bin flüchtig. Wir sind gleich beim Treffpunkt. Kate. Ist der Teleporter aktiv? Auf. Die ist nochmal. Ja. Passt. Ich wusste es. Lass nie einen Kate einen Hawthorne-Job machen. Hier oben. Bon Jovi. Hier ist schon... Oh, Alter. Da drüben ist ja keiner mehr. Oh ja. Oh ja. Da drüben ist ja keiner mehr. Oh ja. Trenate. 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 Wir kommen schon wieder nicht weiter. Noch eine Energie bei mir. Hot one. Warte. Ich bin dran. Los. Aber irgendwie kriegen wir keine Süßigkeiten, oder? Oh ja. Ach so. Ich stecke fest. Ah, jetzt ist es drüber jump. Auf. Jetzt gehen wir noch die Hand. Ich treulich will den Fischen. Finishing. Kate, wir können sehen, dass ein Rotlegions-Drupp deine Position flankiert. Wie lautet dein Status? Gut. Ups, danach kann es Smash lohnt sich nicht bei einem Gegner. Der Titan ist so mächtig. Prächtig. Also entweder legt mein Spiel, meine Leitung oder das Spiel. Was hast du gemacht? Granaten einfach. Achso, okay. Musst nicht weiterreden. Ich habe den Treffpunkt erreicht, aber Kate kämpft immer noch mit dem Teleporter. Ach, voll gegen die Wand. Wie der Flieger. Ach, ich mache die italienische Gärten da. Wir brauchen deine Hilfe, Hüter. Der Reisende. Goll muss einen Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Das ist die einzige Erklärung. Das hat es nie schon. Ich springe gerade auf den gelben Feldern rum. Alles verloren. Buena. Wenn das nicht gut ausgeht, dann sollt ihr wissen, dass ich voller Stolz in eurem Einsatz zuffere. Wenn wir sterben, tun wir dies zumindest im Schatten des Reisenden, alter Freund. Abweich, die Tür aufgegangen sind. Oder bei welcher Typ bist du? Nein, sag's nicht. Ich will es nicht wissen. Ich lasse mich überraschen. Ich könnte mich jetzt nicht in diesem Möpfen mit Spiel zu haben. Ich bin schon im Schiff der Rotregion, nur dass ihr es wisst. Wo bist du? Im Schiff der Rotregion. Ich wünsche viel weiter. Uh, wow, wow. Sei mutig. Du kämpfst für uns alle. Und wie komme ich jetzt zu euch? Durchs Tierl durch? Durch welcher Tierl? Ich bin jetzt am Hoch ausobern. Ach so, bei D3 oder was? Ach so, du bist auf der falschen Seite. Da musst du auf der falschen Seite. Ja, du bist auf der falschen Seite. Ja, schön. Jetzt bin ich auf dem Balkon. Auf Deutsch, du musst grad Urlaub. Jetzt rede ich noch, bis ich draufgehe. Jetzt bin ich falsch gekupft, das weiß ich nicht. Da ist der Reisende. Wir sind fast da. Darauf geht er für nicht, weil ich bin schon lange eingeschränkt im Wiederentstieg. Ich bin nicht übernimmt. Ich bin nicht mehr weg. Ach, servus. oder gespürt die tecken das lustig für dich ausgeschaut oder von wegen tschüss tschüss tschuldi das ist es jetzt bin ich fertig ist das nicht dass wo die barrikaden aufgehen nacht ist der Endkampf mit dem Guckuckwummel wo sie jetzt da die Sequenz ach so was denn ist der Endkampf tsch sieh mich an Dominus der Rotlegion Auslöscher von Sonnen Vernichter von tausend Wildern Richter von Göttern und Bezwinger des Lichts ich bin Gott ein wahnsinniger einfach das schaut aus wie das Mischleimännchen ich bin ein Reifen ich bin der Marshmallow ich bin dick, fett und platt und schier ich gib der gleiche, komm doch nicht noch mal ich bin nicht die Sau jetzt oben, oben, oben na super, jetzt ist er vorbei Ich bin Gott, ich nehme was mir gehört AARCH, ich war blödschön so müssen wir hinten die Dinge holen oder? so müssen wir mit der Super und wenn die müsste mit der Super-Greifen ja wie ist denn der Arschkopf jetzt ich brauche mehr ich rette dich Gold du Goldsohn mein gut geht nicht ja aber ich sehe wieder keinen bis ich einen sehe sind alle hin danke ist wieder angriffbar du hast nichts wofür du kämpfen kannst nichts wofür du sterben kannst der ist schon wieder im Mund das ist eine Nervensege ich hasse solche Cheater ich lasse ihn pennen jetzt hat er sich auch geschissen der ist ja immun und er war auch fern ja der steht da und schaut ihm zu der geht die Flammen auf er geht die Flammen auf er geht die Flammen auf doch wir haben ihn gegrillt ich habe ihn gegrillt ich habe ihn gegrillt weil ich habe ihn gegrillt ich habe ihn gegrillt ich habe ihn gegrillt so geht das und bis morgen das war schon die Bischofspiel Nicht synchronisieren, Beide! Hier! Die Klingster! Ich glaube der Bildschirm ist kaputt, ich muss mir ein Neus herkaufen! Wo ist das hin? Der hat vorher genießt mir seine Frau!